Was, ist das ein NPC? Au! Wie sieht denn so aus wie so eine Kreatur? Du blutest ein bisschen. Ups. Okay, dann sind wir mit allem fertig, denke ich, oder? Wir müssen jetzt den Weg gehen an der Brücke. Vorbei. Schaut über sie rüber. Okay, okay. Animation, töte mich. Jetzt haben wir so ihre Äste in den Körper. Oh mein Gott. Du hast eine Leiter. Die ist einfach hidden in plain sight, diese Leiter. Warum ist die da? No. Noch eine. Meine Güte. Diese Technik. Oh mein Gott, ein schönes Wesen. Getanitscholle. Mein Adler kann ich ausbauen. Ach, wir sind wieder bei der Brücke jetzt. Ich hätte mich da einfach hochporten können, Schatz. Mann. Wir haben den ganzen Weg laufen müssen. Ist hier noch irgendwas, oder müssen wir zur Leiter zurück? Wollen wir zur Leiter wieder hoch? Ne. Wir haben deswegen jetzt die Titanitscholle gefunden. War das der richtige Weg? Bist du wirklich auf der anderen Seite entlang? Ich bin auf der falschen Seite jetzt. Hier habe ich noch gar nichts mehr, oder? Ich bin doch einmal hier runtergeslidet. Was war denn da? Ach doch, hier sind wir richtig. Hier ist hier. Ja, das war der Weg. Das war der Weg. Das ist der Weg. Ganz sicher, die noch leben und so, ne? Schön laut. Das Tor mit dem... Ach ja, Wolverine. Weil was war das denn? So hat gestaggert? Hat er davor auch gesagt gestaggert? Wie bin ich gegen den Typen gestorben, wenn er so hat staggert? War ich schlecht, oder was? Nices Movements. Nices Movements. Ich bin hübsch, ich bin elegant, ich bin wunderschön. Warte, ist das ein NPC? Oh! Aber wie sieht denn so aus wie so eine Kreatur? Ja, du blutest ein bisschen. Ups, sieht aus wie einer von denen. I didn't know, Chad, I didn't know. Das tut mir doch auch leid. Oh, finally, you have come. Oh, wondrous Ash. Grant us our wish. Make the tales true and burn this world away. My lady must see flame. And you are only to show her. You are Ash, are you not? Is it not fire that you seek? Mm, mm-hm, 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 mm-hm. Surely you have seen the rot that afflicts our world. But that which fooled the good father and buried the pain. After we had all made up our minds, too. So, please, grant us one wish. Make the tales, my lady, of land. Keine Ahnung, dass du mal NPC schlägst. Ja, das meiste im Game würde ich ja töten, weißt du. Deswegen erstmal lieber schlagen und später fragen. Wenn ich diesmal warte würde, ob jeder Gegner ein NPC ist, dann würde ich safe öfter sterben. Einfach mal draufhauen. Oh, der Gnade, perfekt. Erst schlagen, dann fragen. Niklott Stüber, ganz genau. Eine gute Devise im Dark Souls. Er in der Regel nicht unbedingt im echten Leben. Wer kommt da oben? Er töttet dich für mich. Jetzt rennt die weg vor ihm. Er jagt sie. Er wirft auf mich. Seid ihr das Essen? Mit dem Degen und der Wolverine-Klaue. Okay. Gute Kombo. Aua, mobil. Aua, ranged. Aua, immer noch ranged. Aua, mobil. Aua, gefallen. Aua, what? Oh no. Alright. Ich wusste nicht, dass da das Tor war. Ich bin nicht erinnernd, wo ich bin. Wir bestellen ihn einfach neu. Machen doch mal von vorne. Ein irrenhaftes Monyon. Ohne runterfallen. Ingo, nicht ab, wir sehen. Gute Topo von Toilklinol, unter Strich 1. Das bin ich, euer Streamer. Aua, ich bin jetzt einfach hochgesprungen, und deswegen habe ich dein Bein nicht aufschließen können. Aber ich bin jetzt einfach. Cool. Der Gegner war kein Deinhalb. Haben wir einen Schlüssel? Scheiße. Die Geräuschkülle ist noch nicht fertig. So laut. Okay, ja, das ist der Erste, der sich wehrt. Leiter hoch und dann alles looten. Da ist unten einer unter der Brücke. Die Riede kann ja nicht mehr allzu weit entfernt sein. So circa noch so zwei Spielstunden, ne? Easy. Oh, fuck. Au, 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 au. Das ist aber erhofflich nett. Was machst du jetzt? Kann er hochkommen wieder? Ich muss ja auch wieder runtergehen. Nehmen wir an, wir müssen da unbedingt rein. Und erkunden. Ein NPC oder nicht? Der hat eine Waffe in der Hand. In seinem Kirchseil. Oh, scheiße. Oh, scheiße, Chat. Aua. Wir kommen denn beide durch? Ich war viel zu groß, um da durchzukommen. Ich glaube, Chat, das war es aber mit Dark Souls, Freunde. Ich würde, glaube ich, jetzt ganz gerne ein bisschen Just Into The Chatting machen. Gucken, was ihr so reingesendet habt. Wir sind hier durchs Fenster rein und dann war der Typ auf der Brücke drauf, ne? Ah. Ich bin leider zwei von diesen Dudes. Ich bin draußen gestorben. Das heißt, meine Ehre muss irgendwo draußen rumliegen. Ja, genau. Hätte ich gesagt, nicht wirklich Bock auf beide zeitgleich. Wilhelm. Spiel gegen Wilhelm. Ey, danke dir, Masha'la, von der Sub-Gift an Da Vinci. Danke dir. Boah, er hat Feuer auf seinem Schwert. Was? Er heilt sich. Er hat von irgendeiner Explosion, dachte ich gerade. Deswegen bin ich nicht ran gelaufen. Keine Heilung mehr. Ich sollte schon First Strike gewinnen. Wilhelm hört, den Gegend zu heilen. Ich habe keine Heilung mehr. Ich gewinne das nicht. Ich muss den ganzen Weg wieder hier herlaufen. Ich will das nicht. Spiel muss auch einfach so sein. Alle rollen die ganze Zeit, ne? Ach du Scheiße. Für beide Male heftig kassiert, aber er hat sich auch zweimal hochgehört wieder. vor dem Spiel. Ist nicht auch der Dude, der mich ins Gemälde reingeschickt hat? Der Dude, der mich ins Gemälde reingeschickt hat, oder? Dimmel kommt mir so bekannt worden. Das wäre anderes. Das war geil. Da wäre eine krass tiefe Stimme, der Bro. Seine Codesprecher. Okay, jetzt bin ich einfach nur noch tätet, oder was? Laufsamme, bitte. Bevor ich sterbe. Danke. Was für ein Move. Werde noch nie irgendwas erreicht, aber es sieht cool aus, ich glaube. Du müsstest dich eigentlich gleich heilen. Komm, der Rhythmus ist weiter. Und wie hält er sich? Oh, jetzt hält er sich. Okay. Jetzt hält er sich noch ein zweites Mal. So hoch. Er liegt, er liegt, er liegt, er liegt, er liegt, er liegt. Trust. Scheiße, er hält sich, aber er ist hofft, bevor er sich heilen kann. Was? Ich kann das nicht, Sir Wilhelm. Oh, bin ich jetzt schon bei Friede? Wenn er jetzt schon bei Lady sagt? Herrin Friede. Vorrichtungsschlüsse. Ah, hier. Ich werde mich beiden erschlagen. Diese spawende Treppe ist ein Ort der Gnadehof in der Nähe. Da ist ein Hebel. Barstuhl. Wer bist du? Ich wollte sie gar nicht hätten. Ich habe bloß meine Hand an meinen Controller wieder reingelegt. Da ist dort der Gnade hinter der Tür. Ja, alles klar. Einmal rumlaufen. Einmal rumlaufen, also. Okay. Ein bisschen gut, dass wir jetzt von der Seite rankommen. Das ist ja! Amen.